Wer bist du? Mein Name ist Mumu. Lies. Wie? Lesen musst du lernen. Und schreiben musst du lernen. Das ist schwer. Schon seit einem halben Jahr singt er nicht mehr. Und du schaust ihn nur an und schon fängt er an zu singen. Ich glaube, man muss ihm zuhören, auch wenn er nicht singt. Wie lange schlafen Sie durchschnittlich pro Nacht, Herr Fusi? Acht Stunden in etwa. Das sind 441 Millionen 504 Tausend Sekunden. Zweimal wöchentlich besuchen Sie einen Stammtisch und treffen sich an den übrigen Abenden mit Freunden. Sie schlagen Ihre Zeit mit nutzlosen Dingen, Tot, Herr Fusi. Lebenszeit, eure ganze Lebenszeit saugen wir aus und wir werden immer mehr. Sie haben uns verraten, Sie haben diesem Kind einige unserer wichtigsten Geheimnisse verraten. Wir brauchen jede Stunde, Minute, Sekunde. Der gesamten Menschheit. Meine Zeit lasse ich mir nicht stehlen von niemandem. Was ist mit dir? Mein lieber Pepto. Ich bin hier! 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 Untertitelung des ZDF, 2020